Sie suchen die Gefahr. Der Mut und der Charakter eines Mannes zeigen sich erst in extrem gefährlichen Situationen. In unserer nun folgenden Sendung möchten wir Ihnen einen der tapfersten vorstellen. Einen großen Mann, in dessen Vokabular das Wort Angst fehlt. Rex Krämer, nebenberuflicher Flugzeugmechaniker, aber 24 Stunden am Tag Todesverächter. Ein Mann, der bereit ist, auf der Suche nach dem Abenteuer sein Leben zu riskieren. Er riecht die Gefahr, stellt sich und kämpft sich hindurch. Rex Krämer, Gefahrensucher. Guts, nehmt gleich nochmal. Hier fluchtschlägt keiner. Ich bin dran. Ich höre auf 20. Ja, komm her, ich lege auch noch 20. Er geht noch mit, hä? Moment, Moment, Moment. Hey, hey, hey. Müller! Hey, was? Hey, wie ist das denn? Wo ist denn das denn? Ich bin nicht von mir. Ich bin nicht von mir. Ich bin kein properer. Ich bin nicht von mir. Ich bin kein Freund, du kriege. Hey. Ein Fähiger. Wie geht mir ist denn?